Hallo Freunde, kurz über den Film und Boos, kurz über meine Freunde, der Fotograf von 187, Pascal Kaugusch, verkauft jetzt Gleitcreme. Verdammt mal, was läuft denn ab bei 187 und bei dir? Verdammt nochmal, macht ihr jetzt irgendwie hier einen Sexshop auf oder was? 187 Gleitcreme und keine Ahnung, bist du Lehmkondome? Oder 187 Kondome oder keine Ahnung, Mann? Ha? Garso Kondome oder was? Leute, oder Garso Dildos? Was läuft denn da ab, Mann? Ich dachte, Rap-Tage läuft, ist gut, Pascal, du machst doch krasse Bilder, Mann, du machst doch Money. Warum verkaufst du jetzt Gleitcreme? Für die auf romantisch angelehnten Leute, oder was? Oder was geht denn da ab, Mann? Warum Gleitcreme? Es passt doch gar nicht zum Image, okay. Drogen, Waffen, Gewalt und Frauen, Bang, das ist eine coole Sache, Mann. Da kann man ja Gleitcreme mal gebrauchen. Aber für den Automalverbraucher, ich weiß ja nicht, Mann. Ich glaube, das wird schief gehen, aber bin ich mir nicht ganz sicher, ob es dafür die Leute gibt, die das kaufen würden. Vielleicht die Hardcore-Einsatz 7-Fans. Aber ansonsten nicht, meine Freunde. Okay, meine Freunde, es warst du wieder von nur einem Boss. Aber dann gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Hier sind die Hardcore-Einsatz 7-Fans.